Ich unterstütze Michael Kretschmer, weil ich ihn für einen sehr kompetenten Ministerpräsidenten halte. Er kann Leuten zuhören, er geht auf Menschen zu und er zieht nicht nur Schlüsse draus und hört sich das an, sondern versucht mit seinem Team die Dinge zu ändern im Land. Das finde ich sehr, sehr gut. Mein Name ist Viola Klein, ich bin Mitgründerin der Saxonia Systems AG hier in Dresden, in Berlin, in München und in Görlitz. Und ich unterstütze Michael Kretschmer.